Okay, so durften wir wieder flüssig laufen, durften wir erst wieder flüssig machen, gut, äh, hallo? Ich find's immer noch schlimm, dass irgendwie mit der F9-Taste irgendwas in, äh, in dem Spiel gemacht wird. Dass mein Spiel so ein bisschen leckt. Ich glaub, jetzt werden die Grafiken ein bisschen heller gestellt, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Haben wir hier irgendwas überschwemmt? Nur so als Frage. Niklas ist auch dabei. Oh ja, ich bin da. Ja. Diese Folgen, also diese Folgen, die jetzt kommen, in nächster Zeit, werdet ihr nur beim Freunden-Tasteil sehen. Also ihr hört mein, ihr seht mein Gameplay, meine Stimme. Und Niklas ist Stimme, nicht sein Gameplay. Ja, wie sind's, was denn sonst? Wir riechen uns auch alle gegenseitig. Also, se. Ey. Kannst du dir etwa nicht vorstellen, wie meine Stimme aussieht? Das ist ganz schön rassistisch. Nein, es wird Nacht, nein. Und ich geh, äh, und ich geh Holz holen. Immer neu anpflanzen mit den Eicheln. Hab ich, hab ich. Ich muss nur jetzt mal, äh, ich muss nur jetzt mal das Holz aus der Wintergegend holen. Das nimmt diese Musik. Ich bin mir froh, wie dein Elementarhaus-Spieler aussehen wird. Wie mein, was das aussehen wird? Elementarhaus. Was ist das? Was ist das? A-Haus? Was ist das? Sorry, ich weiß nicht, was ein Elementarhaus ist. EIS! Du fängst mit Eis an. Dann machst du auch über die Wüste-Klatsch. Ach, so meinst du das? Ach, ich werde mal schauen, wie ich das genau mache. Aber es wird kein normales Haus, das ist das eh schon cool, die Entity-Klatsch. Aber es wird kein normales Haus, das sehe ich jetzt schon kommen. Okay, ich muss wohl... Um das Holz zu bekommen, was ich haben möchte, muss ich... Ey, da heißt es dann. Muss ich wohl in der Wintergegend die Sachen anbauen? Scheiße. Ja, in der Wintergegend muss ich die anbauen. Oder muss ich es nur auf eisigen... Auf eisigen Untergrund. Kannst du mal bitte weggehen? Sie sind etwas dezent nervig. Ja, verdient. Endlich. So, dann schau ich mal ganz los, ob mir das bringt, was bringt. Wenn ich, äh, den Boden aus Eis baue. Ist das cool. Ich mag diese Wintergegend sehr gerne. Mal schauen, wie lange ich in der anderen Gegend überleben werde. Also, ich meine, in der... Äh, wie... Nicht der Toten Wüste, oder wie auch immer das Teil heißt. Halt... Wie heißt das Teil? Wie heißt diese lila Gegend? Hat die irgendeinen Namen? Weiß ich nicht. Gut. Sagen wir mal Rich Rapture. Wieso sind hier Vögel? Wieso sind hier nachts und hier sind Vögel? Okay, ich freue mich mal auf... Ich freue mich auf ein paar Zuschauer, weil ich würde ganz viele Augen bekommen, ja? Was ist hier passiert? Wieso ist hier so viel Wasser? Kapier's nicht. Wir brauchen Wasserläufer-Läufer-Schuhe. Wo es gibt? Ich hab keine Ahnung, umschätzungsweise. Letztenweise Schuhe, die den Boden zu Eis machen werden. Nein, ich fall runter! Wo nein? Wo bin ich? Nein, ähm. Ach nee, warte, drück mal kurz, escape und join my team. Erstmal grün. Also fort, sofort. Ich muss erstmal irgendwie rauskommen. Weil, wieso auch immer, ist hier ein riesiger Boden? Riesiger Boden. Denn Deutsch, Junge. Wieso komme ich hier nicht drauf? Aus, meinst du? Nee, ich möchte hier... Äh. Ich kann aber auch nur unter... Was ist hier passiert? Ich brauche einen scheiß Spiegel. Da hört hier ein Opfer. Was ist das? Jetzt hören Sie den Gameplay eines Opfers. Ey, weißt du was? Ich gehe einfach gleich mit meinem anderen Charakter auf den Server. Ähm, und... Das hat geleckt. Ähm, Klau-Mü-Sein... Was denn? Du bist auch gestorben. Wem bist du denn gestorben? Hallo? Was ist denn so ein Druckschlag? Okay, zur gleichen Zeit, lol. Äh, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte hier... Ich wollte hier den Boden ein bisschen aus... Äh, aus... Aus... Äh, äh... Gibt es hier nicht irgendeine Schlafoption oder so? Es gibt, glaube ich, Wetter, die man bauen kann. Bringt die irgendwas? Was glaubst du? Da, da, da. Da, erstmal kurz. Ich brauche... Ich brauche mehr Wolkenuntergrund. So, jetzt habe ich ja noch ein bisschen mehr Helligkeit. In meiner... In meiner wundervollen Bruder. Kai, ich würde... Äh... Wie, 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 wie kommt ein Auge hier rein? Wie ist ein Auge hier... Äh, Mann, wie du leckst das Auge hier rum? So. Habe ich noch ein paar Fackeln. Fackeln. Bruch Fackeln. Da. Und dann muss ich da Eisfackeln reinhauen. Den muss ich auch noch weit machen. Muss ja schön hell sein. Wir müssen eigentlich mal... um unser Haus herum mal ausleuchten. Oder? Bringt nix. Bringt nix? Da hast du trotzdem Fiecher da. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Äh, äh... In einem... Okay. Ja, nicht kleine Form. Äh, die dicke Hose hat sich... Äh, wann? Mein Kabel gerade unter mir. Äh, 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 da. Ich hätte nicht kommen, aber es hat sich nur... Unsehnliche... Fleischhaufen verwandelt. Von Felsen. Ja. Okay. Felsen. Felsen, Felsen. Ich bin felsenfester Überzeugung. Ähm. Wie willst du Dinger haben für den Doppelsprung? Ich bin eigentlich immer... Ja, so ein Doppelsprung ist wirklich eigentlich sehr gut. Jetzt muss ich hier... Das geht ja wohl gar nicht. Ich habe noch keine Bordauerholz weg. Das Holz gefällt mir wirklich sehr gut hier. So, habe ich noch normale Fackeln vielleicht? Soll ich mir welche bauen? Wäre ich eine bessere Idee. Und was machst du da drüben so? Aua. Was? Glaube ich jetzt nicht. So etwas Revolutionäres habe ich noch nie gehört. So, wo ist das? Die Werkbank. Keine Sorge, das wird noch besser hier. Alter, wann wird es wieder Tag? Das nervt mich. Da, 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 da. Stopp! Ja, vorunter zu scrollen! Unter scrollen? Unter zu scrollen. Äh, Holzwand, wo ist da? Boah, da war... Vier. Wow. Hm. Damit kann ich jetzt so viel anfangen. Zack. 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 Ja, gut gelaufen. Ähm. Ich hab auch kurz einmal ein Gold hier rein in die Chests. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. So. Die Sachen brauch ich auch nicht. Schnee behalte ich mal. Das kann man gut als... Wegwerfmittel benutzen. Haftwacken kann ich behalten. Ansonsten darf ich ja nichts verlieren. Gut, dann gehe ich mal nach unten wieder. Und schauen mal, ob ich irgendwas farmen kann. Hier ist die Ding-Ding-Dong-Höhle. Da, da, da. Hm. Erstmal, warte. Da, 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 da. Der Gang ist so blöd, irgendwie. Warum gehst du doch nur durch meinen Gang? Das ist so ein Grund, weil es zu blöden. Wieso machst du das jetzt nachts? Egal. Ja, wieso brauchst du nachts? Ich bin doch die ganze Zeit unten. Ich bin gerade ins Ohr gegangen. Ah, okay, gut. Wurde, wenn ich jetzt nicht nachtruhe, wann soll ich sonst fahren? Tagsüber? Tag, ja. Aber ich will jetzt kommen. Aber, aber, aber. Okay, das war umschlossen. Ähm, weiter runter. Ich bin so mega langsam, schrecklich. Da oben ist ein Schleim, Schleim, Schleim. Alter, so schnell es gäbe ich noch nie gesehen. Wie schnell ich nach unten komme. Wow. Alter. Diese Schleim, Schleim, Schleim. Das hört nicht auf. Das geht wohl gar nicht. Wir haben hier einfach Kupfer vergessen. Ist das so Kupfer, oder? Ja, Kupfer. Zitz, zitz, zitz. Das geht aber gar nicht. Hier ist ein Raupo. Okay, wieso wir da nicht reingegangen sind. Verwundert mich gerade etwas. Aber egal. Ich glaube, ich sehe wieso. Aber egal. Ich weiß, aber du hast ein paar Sachen vergessen. Also. Du hast vergessen. Vielleicht habt ihr euch eingesammelt. Zitz, ob. Hi. Da oben sind Vasen. Bevor ich hier irgendwas mache. Bevor ich hier irgendeine Scheiße baue. Das schaffe ich sehr gut. Ah. Lass mich hier bauen. Uh. Eine Potion. Oh. Okay, gut. Das ist jetzt mal sehr gut. Habt einen Leuchtstab. Ich hoffe, ich finde bald eine bessere Spitzhacke. Äh, Baumwürde. Eine bessere Spitzhacke. Kann man eigentlich Sachen hier finden? Also halt, äh, ich meine. Soll ich nur die besseren Spitzhacke sowas finden. Weiß ich nicht. Okay. herausfinden. Haha. Wird echt lustig von dir. Da, 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 da. Ey. Letzte Silber. Letzte Silber. Ja. Geschafft. Ich muss jetzt gleich irgendwie da rüberkommen. Hopps. Ne, so funktioniert das nicht. Wenn ich ernst habe, da ist nicht ein so'n Futzel, was mich nicht gehen lässt. Äh. Nehmen wir jetzt sofort rüber. Äh. Was denn? Bresen. Silber. Hatte gerade, ich hatte gerade Silber bekommen. Hat ein bisschen was. Dö, 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 dö. Und du hast schon einen Spiegel. Ja, oder? Du hast schon einen Spiegel. Ja. Ich hasse dich. Super anstrengend ohne Spiegel. Alter, leckt das gerade wieder hart. Ja, draußen. Ja, es ist wahrscheinlich draußen gehört, aber ich glaube, meine Zuschauer werden es wahrscheinlich nicht hören. Hier fehlt was. Wurde hier etwas schlampig gearbeitet. Sil, sil, sil. Geht aber gar nicht. Diese Werkkraft arbeitet heutzutage. Aber woher kommt das ganze Wasser? Hier ist Kupfer. Danke, wir gehen gleich überflucht. Das ist alles okay. Woher kommt das ganze Wasser? Das ist so komisch. Die ganze Oberwelt ist überflutet, zum Teil wieder. Mann, Leute, be quiet draußen. Fest, äh, am langen Wochenende so, äh, drei Tage dazu fragen. Wieso ist hier ein Wurm? Wurde hier ist ein Wurm. Wurm, geh weg. Dankeschön, Wurmi. Er ist tot. Ich habe es geschafft, ihn zu besiegen. Was ist? Wurde. Ja. Ah, ich habe es geschafft, ihn zu besiegen. Das war's. Oh, das war's. Hm.